hallo und willkommen zu einer neuen ausgabe nach schmeckt diese etwas abgedrehte einstellung kennt ihr ja schon und die etwas schlichte bildqualität kennt ihr ja auch schon ja und heute testen wir ich kann es richtig umhalten ganz was neues müllemilch limitiert banane karamell und wem das bekannt vorkommt der hat recht das war meines wissens nach einer der mysteriösen müllemilchsorten banane karamell jetzt auf dem markt es gibt übrigens auch schoko minze hatte ich da habe ich aber inzwischen getrunken und nicht aufgenommen und es gibt auch noch honigmilch sehr zu empfehlen hatte ich auch da habe ich auch getrunken wird mir leid zum aufnehmen nur noch der banane karamell und das probieren wir jetzt mal ja und ich mache es mal auf und es gibt diesmal kein glas zum reinschauen ich möchte nicht so viel spülkrempel machen weil wie ich in dem vorherigen video schon gesagt habe wir sind quasi ein paar stunden vor unserem urlaub und ich möchte das aber trotzdem noch raus und ihr seht hier ganz normal mümi halt ja und ich probiere das erst mal im moment na ich muss gleich noch sagen was drin ist es tut mir leid habe ich vergessen nehmen wir mal das heute mal anders her alles ist anders andere kamera anderer ton schlechteres bild warum sollte ich auch nicht erst mal probieren und dann sagen was drin ist ich probiere es jetzt erst mal riecht gut riecht sogar so ein bisschen popcorn ich so und dann taste me steht übrigens drauf und ich habe taste to date jetzt mal und ich mache mal taste moment ja sehr schmackhaft banane karamell und es ist auch hier und ich trinke noch ein stück aber einfach nicht weil ich testen muss sondern weil ich ja sehr gut tatsächlich sehr gut sehr süß aber sehr gut jetzt lasst uns mal schauen was drauf steht ihr seht jetzt wieder nicht hier steht hier würde stehen hier wäre ihr preis gewesen aber ich lese einfach so vor 100 milliliter enthalten 74 kalorien 1,4 gramm fett und 11 gramm zucker wundert mich jetzt nicht so dass man dem zucker immerhin karamell und damit es auch ganz verdreht das machen wir jetzt zum schluss die inhaltsangaben nämlich fettarme milch buddermilch zucker draubenzucker milchzucker karamell wiederum besteht aus zucker wasser glukosesirup modifizierte stärke banane bananen püree konzentrat stabilisator karagen aroma vitamin e thiamin ripoflavien und vitamin b6 jetzt bin ich tatsächlich irritiert weil da steht banane da steht banane und da steht bananen püree konzentrat aber zuerst steht banane wollt ihr mir jetzt erzählen liebe firma mit dass tatsächlich eine richtige bananen drin ist also ein stück einer richtigen banane kein aroma in dem sinne sondern wirklich eine banane das würde mich ja sehr wundern seit wann ist denn da was drin in so ein gedrängt was auch da reingehört ich trinke noch einen schluss also das wird mich sehr irritieren ok so eine wertung nachdem ich das letzte mal ja keine wertung abgeben konnte weil aus gründen ihr habt es vielleicht gesehen kann ich jetzt hier eine wertung abgeben und die fällt ziemlich gut aus mit 8,5 von 10 punkten weil das schmeckt sehr lecker die ist auch schon über halb leer und ich garantiere euch kaum ist die kamera aus ist sie komplett leer und ähm ja schmeckt liebe firma müller im gegensatz zu den joghurts von der letzten folge ist diese milch sogar nicht mal schlecht im sinne von verdorben was die joghurts leider waren allerdings glaube ich nicht dass er müller was dafür kann ich glaube eher dass da die firma real was was dafür kann die ihre kühlkette unterbrochen hat aber was will man machen jo ähm ja müllermilch limitiert die besten sachen sind immer limitiert ganz schlimm ähm bananekaramell ich würde es mir als sammleredition ja in den kühlschrank stellen aber wenn ich jede limitierte müllermilch aufheben wollen würde hm macht keinen sinn außerdem ist es irgendwann abgelaufen und dann ist es auch wieder schlecht und dann schmeckt es nicht und ich labere hier einen Müll das ist ja unglaublich ich bin ein bisschen müde irgendwie jetzt so halb zwölf oder so egal übrigens auch schön oder so halb zwölf haue ich mir noch so eine müllermilch rein und noch diverse andere dinge nur damit ich ein paar videos habe nachdem jetzt die letzte zeit keine videos mehr kamen hm naja so und da würde ich sagen mit diesem fast schon standbild wenn ich nicht den kleinen finger bewegen würde äh verabschiede ich mich bis zur nächsten ausgabe und macht's gut tschüss 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 tschüss